Ich würde dich auch abwerfen. Gideon, mein Zeitreisebegleiter. Besserwisser, Kampfmaschine, Herzensbrecher, klugscheißer, arroganter Kotzbrocken und... Und dabei verdammt sexy. In Rubinroth haben Gwen und Gideon eine ganze Menge zusammen durchgemacht und sich dabei ineinander verliebt. Bereit? Bereit, wenn ihr es seid. Die beiden wissen und merken, dass sie zusammengehören. Die beiden sind ziemlich cool zusammen. Ist das nicht ein wenig zu? Auffällig? Ja, während sie ja wieder sehr dezent gekleidet sind, Sir Elton John. Liebe halt, ne? Liebe gehört zu den schönsten und wichtigsten Sachen auf der Welt und wenn man das das erste Mal erlebt, ist es eine Explosion. Leider ist es nicht alles so einfach und in Saphirblau wird ihre Liebe auf eine ziemlich harte Vertrauensprobe gestellt. Die haben ja beide diese Mission zu erfüllen und Gideon wiederum wird beauftragt, Gwen auszuspionieren. Die romantische Liebe ist doch wohl eine Schwäche der Frauen. eine Schwäche, die wir für uns nutzen sollten. Dann gibt es natürlich auch einen großen Streit und die beiden sind sich dann irgendwie auch nicht mehr so ganz grün. Und es wird gezeigt, es ist nicht immer einfach, aber was dann doch immer letztendlich zusammenhält. Mich hörst du nicht mehr los. Das kannst du vergessen. Ja, ist großartig. Saphirblau wird wirklich ein wunderschöner Film werden. Ich kann ihn euch nur ans Herz legen. Geht rein und schaut ihn euch an. Das Schlimmste ist, du musst nur im gleichen Raum sein wie ich und ich will dich küssen. Ja. Ja, das ist total schlimm. Zieltag ist der 12. September 1953. Bereit, Miss Gwendolyn? Bennolyn, du bist. Du bist besonders. Es gibt Hinweise in uralten Schriften. Wir reisen seit Jahren durch die Zeit, um alles zusammenzufügen. Der innere Kreis der Loge tritt heute zusammen. Das passiert äußerst selten und nur aus besonderem Anlass. Weißt du, was geschieht, wenn der Blutkreis im Chronographen geschlossen wird? Die Prophezeiungen sprechen vom Aufstieg des Adlers. Vertraust du mir? Bereit, wenn du es bist. Der Graf hat probiert, mich klein zu kriegen. Du musst zeigen, was in dir steckt. Die Achtung wird wieder hergestellt. Mann, ich hab kein gutes Gefühl. Ich bin ganz allein. Bist du nicht? Guten Abend. Es muss wohl sehr warm gewesen sein. Das war's. Ich bin ganz allein. Vielen Dank.